Ah, please! Okay, jetzt mussten alle auf mich warten. Nein, man, die Penalty ist okay. Das Kerl ist kein Freifahrtschein zu loot. Ist immer noch ein Looter-Shooter. Moin! Das war AP. Nein, man, das war PSD. AP ist Silber und PSD ist... ...grau mit schwarzem Tipp. In dem Kreis. Holy shit, man! Heißegal, wir beide. Wir beide gegen die Welt, okay? Okay. Ich stehe am Ende des Körners. Ich muss dich tiefer schmeißen. So, jetzt hat er das Triff. Ja, Mann. Der ist flashed. Das ist der erste für die Mission. Hör, als ob der nicht geflasht war. Was? Also, der Typ steht hier. Die Flash explodiert da. Und du wirst mir sagen, er ist nicht geflasht. Was? Okay. Das ist ein Bug mit einem Zählen von Stunts. Ah, zählt das erst nach dem Raid? Also sieht man es erst nach dem Raid? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber... Ich wäre schon traurig, wenn nicht. Ah, willst du das kosten oder was? Oh, das hat... Was? No way. No way hat ihn das gekillt von da oben. Ey, 6mm Bugshot, Freunde. Ich sag's euch. 6mm Bugshot. Einfach different. Ey, wer hat Factory vorgeschlagen? Ist 5,5,7? Ne, ist 6,5. Rosa. Gib dir selber ein Küsschen auf die Stirn. Super Idee gewesen. Ich brauch das gerade. Ey, ich brauch einfach ein bisschen sinnloses Geballer. Weil hier ist der Ping okay. FPS ist okay. Der Sound ist okay. Nix, Ursa. Wer war's dann? Kampfkeks? Egal, wer auch immer das war. Weißt du Bescheid? Danke, Mann. Genau, was ich gerade brauche. Einfach ballern. Ohne Bugs. Der Berlin-Headshot. Krasser Typ. Das Dock-Tag liegen lassen? Ja, was soll ich damit? Bitte. Ja, wie viel... Wie viel Spiele ich davon realistisch gesehen habe? Oh, oh, oh. Das ist ein sehr guter Slam, cool. Fuh. Mal Speed Healing. Ah so schlecht geht es mir gar nicht aber Bauch habe ich verloren. Naja next one. Der war näher als mir liebes. Holy shit. Der war ein bisschen nah dran für meinen Geschmack. Damn das waren jetzt aber vier Skepspiele ne. Geschafft siehst du ein bisschen warten geht das. Lecker was geht. Ah hier war ich schon dran. Oh. Deswegen war mein Bauch zum Arsch. Oh no. Oh no. Oh oh. 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 Darf ich looten? Oder wie viele Cashspieler sind? Jan Bösen. Holy shit. Weiß gar nicht. Mal rechnen. 300 Rubel pro Schuss. Na, trotzdem 30.000. Das ist voll. Die Nate nehmen wir hoch. So. Hannes, danke für Prime. Hab ich was zu essen? Sonst haben wir gleich ein Problem. Na, ich hab noch einen Schuss, ja. So, nur noch einen Spieler, also. Soll er erreichen. Pornschwein Berlin. Danke für den Prime. Danke, danke. Also, ich glaube, ein Cashspieler ist noch da. Einfach ein RBPP Key, alles klar. Man kann sich ja sonst nix. Na, ich versuch dann zu baiten. Genau deswegen. Er sollte glauben, dass ich loote. Er hat mein Headset gefunden. Das ist unfassbar, ne? Es gibt es finden alles. Egal, wo du was versteckst. Diese Leute finden das einfach. Warum kann ich keine Shunkgarn ziehen? Ey, also sowas hab ich noch nie gesehen. Also, so viele Cashspieler auf Factory. Der ist neu. Der ist echt neu. Plus Nades. Plus Keys. Eigentlich können wir das Rick auch noch einpacken. Aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir haben noch so viele Leute zu looten. Noch ein Rucksack. Damn. Oh, ein Gingi. Ein Gingi. Gingi. Spricht man einen Namen aus? Gingi? 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 Ah. Ah, die haben sie gelootet. Ah, die Skeptwester würde ich gerne irgendwie mitnehmen. Aber das geht nicht. Aua. War nichts zu essen drin? Ich hab doch gerade einen Saft getrunken. Brauch nichts mehr essen. Ich bin topfit. Okay, machst du das mit dem Sound? Aha, gar nicht. Ich sterbe. Heute dreimal am Sound. Weil irgendjemand keinen Schritt gemacht hat oder irgendwas und plötzlich hinter mir war oder irgendwo aufgetaucht ist. Gibt's keine Lösung. Du stirbst einfach. Ist leider komplett kaputt in dem Spiel. Unsfuck die gesamte Skeptwerte in einem Raid ab. Kann ich ja nichts fühlen, wenn so viele kommen. Ja. Ein bisschen Geld gemacht. Nice. Ich mag die Methode irgendwie am liebsten. Keine Ahnung. Alter. Außerdem bezüglich Tarkov, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Tool, was euch Leute zum Zocken finden lässt, Infos austauschen oder einfache Tools, zum Beispiel Preise zu checken, dann haben wir aktuell einen Discord mit über 1000 Nutzer am Start. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Ihr könnt auch dynamische Channels erstellen. Ich bin im Fall, dass ihr mal in einer kleinen privaten Runde spielen wollt. Das und vieles mehr. Link zum Discord unten in der Beschreibung.